Musik Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Guess It wie immer am Montag und mit dabei sind Flashtunepalute und die Sturmwaffel, hallo, hallo, hallo Jo, geht's euch gut? Ja, alles in die Mine Und das ist Kohle Das ist wieder laut gesagt, die kleine Schlawinski Ja, das ist irgendwie, wenn ich solche Spiele spiele, denke ich irgendwie immer laut, das ist fatal Fatal Du machst ja sonst auch immer Wollte ich so freundlich Gut, Witz und Gönig, pack mal wieder aus Alles ruhig gerade, was ist los? Sturmwaffel aufbauen Ja, ich mach jetzt hier Unterhaltung Maiskolben Weißkolben Dankeschön, ist mal wieder sehr nett Wo ist denn das jetzt? Ich find so Sachen gehen So Zack, zack, zack Ich will nichts Ich will nichts Ich bin da gerade rumgelaufen Das ist einfach ein Zaun Nee, ich mach mal, ich demonstriere das kurz Na, check? Klassisch Habt ihr das gecheckt? Äh, also einer hat's gecheckt Äh, warte, warte, warte Äh, so, warte Ich demonstriere, das ist der Hammer, Alter Ist nicht springen reiten? Äh Springen reiten beginnt's nicht Das wär so Das wär springen reiten Ich hab's aber im Endeffekt jetzt auch grad nur erraten, weil jemand anderes sich verschrieben hatte Mhm Ach so Aber die Frage ist, wie man das anders macht Ja Hindernis Also Sturmwaffel Naja, das war schon gut gemacht Oh Ja Oh, Leute Ähm Leute Wie mach ich das denn jetzt? Wie mach ich das denn jetzt? Wie mach ich das denn jetzt? Nee Ach, um Gottes Willen Wie sahen die Dinge aus? Eine Line? Nee, warte Klauen? Kuchen Kuchen Boy Kein Leuchtturm? Pizza? Bett? Ey, keine Ahnung So Das war's, Alter Vielleicht ein Eis? Das war's So, was? Jetzt kann ich höchstens Eine Pille Aber das haben schon Leute erraten Hä? So, pass auf Jetzt kann ich hier Hä? Wie können das so viele Leute erraten? Ja, weil sie vermutlich das regelmäßig spielen Das macht überhaupt keinen Sinn Das ist irgendwie wie so eine Pille, die aufgeplatzt ist Und dann ist das ganze Kokain da raus Radiergummi Achso Ja, sorry, Leute Aber ich wusste nicht, wie ich es hätte besser machen können Es tut mir leid Ähm Okay Ähm Dahlslipper, oder? Warte mal ab 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 Die Ägypten waren auf jeden Fall die ersten Superkünstler Das war gut So, okay Ähm, machst du das gerade extra so, dass ich nichts sehe von meiner Seite? Das ist wieder so ein kleiner So ein kleiner Sidekick ist das Bleibt's bei dir offen, Paluten? Ist deine Seite gerade irgendwie relevant? Ja, das ist alles easy hier Alles klar Ah, okay, guck mal hier Das hätte ich ja Ja, warte mal Ähm Ah, 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 ah Hä? Oh, oh, da haben wir ein Typ gesehen Der Tresor hatte ich auch Mit dem Bizeps Ähm Ah Ah Okay, ich hab's auch Und jetzt hier Oh, man kann gar keine Sachen werfen Das ist ja blöd, Herr Blöden Natürlich, weil Also so ein schöner Kühlschrank, meine Damen und Herren Ja, der war wirklich, war wirklich nicht so schlecht Oh, der war so kacke Wer red denn sowas? Sturmwaffel nicht, komm, sei mal nicht so Ja, ich bin nicht so Nee Die Paluten hat es doch versucht, wirklich Ja, Paluten hat es versucht Der versucht zählt Aber mein Hindernis hingegen Also ich bitte dich Dein Hindernis war der hinterletzte Rotz Was? Sagst du zu meinem Hindernis? Oh, oh Ganz klar Springreiten hättest du eigentlich bauen wollen Springreiten, wir sagen wir sonst Streit bei Sturmwaffel und Paluten Palufel bricht auseinander Was? Ah Oh Kein Schlüssel? Eine Säge? Die Zeit ist voll schnell umgegangen Ja, weil zu viele schon erraten haben Das sah auch wieder aus wie ein Schlüssel Säge Also ein bisschen was fingiert Also ich glaube, hier läuft irgendwas schief Hier steppt der Bär Ist das ein Happening? Ich glaube, auf jeden Fall ein Happening Das ist ein gleiches Happening, Leute Was ist das? Braun Braun Guter Wein auf jeden Fall Braun 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 Schüssel Er schreibt es, oder? Brot Ja Stimmt Das ist auf jeden Fall einer der ganz Kreativen Acht Vielleicht ist es eine Zahl Acht Hä? Was schreibt der denn da? Das könnte ein B sein U U Blau Bo 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 Brot Anstatt Brot vielleicht Es ist bestimmt Balalalalalalai Boi Box Bogen Boi Ah, ah, X-Box Ne Bo Hä? X-Box? Vor allem, dass der Red noch einer Hä? Ah, okay Hä? Er ist verlassen Bock Ja, die hätte ich jetzt auf keinen Fall auch bei Minecraft verbauen können Okay Das ist schon legitim, dass er das schreiben musste Ja, auf jeden Fall Definitiv, ja So, passt auf, jetzt kommt meine Baukünste Moment So, okay Fangen wir mal an Mhm Du Okay So Oh, da hab ich schon welche erraten Ey, ich hab eh nix erraten Einfach ein Ah, warum nicht gleich Warum errät ihr das aus? Ah Da kommt die Spitze Ist doch mega einfach gewesen jetzt Ja, Haus ist wirklich nicht so kompliziert gewesen Ich glaub, das war schon Im Gegensatz zum Kühlschrank Was wirklich Also, meine Damen und Herren Das ging ja auch noch Mhm 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 Marius, bist du da? Marius Heckler Ja 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 Genau Genau Leute Zack Jodo Äh Oh Na Oh 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 Knapp Da holen sie sich's noch Krass Aufrujagt jetzt hier Ja, aber ich glaub Der Freakzone ist echt unerreichbar Er hat sich ganz darauf gekämpft Der hat sich noch hochgeschlafen Mhm Mhm So, warte mal Rexilla hat einen Punkt Der darf mich nicht noch überholen Pff Rexilla Das ist Was ist? Ach, schade Irgendwas Grünes Mal anderem grünen Frosch-LP Frosch-LP Genau Mein Zucchini 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 Ja, Zucchini Äh Ganz klar Ja, aber Ne grüne Ente Nee, das ist Ah, warte mal Das ist keine Kampfgiraffe, Leute Ich dachte, das wäre ne Gurke Nee, das wird schon ein Tier sein, glaub ich gerade Das ist doch kein Tier Nessi Hä, was soll Nee, aber warum ist das denn, ne? Ah, okay, warte mal Oh, ist kein Dinosaurier Auch kein Dinosaurier Ach, ah, ne Nee Hä? Achso, ähm, ähm, äh, wie heißt das? Ah, oh Ah What the? Keine Schildkröte? Auch kein Dinosaurier? Es war auch keine Schnecke, Leute Hä, was ist denn das? Ich bin verwirrt, was ist das? Kein Wurm? Ein Hund? Ein grüner Hund Der kann ja sein, der ist dem Schlechtgesund oder so Der zum Arzt muss Ey, ich bin so gespannt, was das jetzt ist Ey, ich hab überhaupt keine Ahnung gerade Wie können das den Leute erraten haben? Wir haben noch alles Logische ausgeschlossen Ich hab's Festtune Eidechse Eidechse Im letzten Moment hab ich's mir noch geholt, ey Eidechse, Alter Hauptsache vor Paluden Das ist das Wichtigste gerade Ja, aber warte mal ab Jetzt macht die Dissl ernst, ey Okay, jetzt machst du ernst Finde ich gut Nein In your face In your face Ja, ja, ja Nein Ja Man, ich brauch immer so lange, ey Man, ey Das war überhaupt die letzte Runde jetzt, ne? Hab ich kein Problem mit Hauptsache vor Paluden Das ist das Wichtigste Wir haben die gleiche Punkte Oh, ich bin sogar noch über euch Alles Schiebung Schiebung, Leute, Schiebung Das ist Atze Nee, Eislack Okay, okay So, Eislack Du musst mich jetzt Du musst mich jetzt ganz nach oben bringen, mein Lieber Bring Birgit ganz nach oben Was hast du da in der Hand, mein Lieber? Wolle Nein, Alter Ich mach jetzt richtig Ich raste richtig aus Oh, oh Nein, kein Zebra-Streifen, okay Was hat er vor, der Liebe? Ein Toaster, mhm Stifthalterungssystem Stifthalterungssystem Ey, what? Halterungssystem Hä? What? Okay, da haben sie es schon Krass, aber Hä, was ist das denn? Ich kann das irgendwie gar nicht deuten Ich kann das auch überhaupt nicht zuordnen Wolle Was? Hab ich auch gesagt Aber hä? Och, Mann Ich hab's Oh, mein Gott Was war's denn? Hä? Ein Stiefel Ja, klar Ein Stiefel Wie am Arsch war das ein Stiefel? Aus Wolle oder was? Oh, Leute Oh Gott, ey Wollstiefel Schiebung Wollstiefel Tut mir leid, also Ja, das war's, ne? Eislack, ey Schiebung War auf jeden Fall Eislack hat's ganz verdient Gerade sich nochmal mit dem letzten Stiefel Nach oben gekämpft Nun gut Der hat sich richtig nach oben gekämpft Vielen Dank, dass ihr dabei wart Und so großartige Sachen gebaut habt Wie einen Kühlschrank Und Bei Sturmmars Meinte ich schon gar nicht mehr, was du gebaut hast Ein Hindernis Ein Hindernis, genau Ja Flashtunen hast du mal gebaut? Ja Ein Haus Stimmt, stimmt Das war auch sehr gut Wenn's euch gefallen hat Dann lasst natürlich gerne eine Bewertung da Schaut auf jeden Fall auch bei Flashtune Bei Sturmwaffen und bei Paluten vorbei Und ansonsten sehen wir uns Im nächsten Video wieder Macht's gut Tschüss Euer Stiefel Tschüss